ja oder was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und somit herzlich willkommen zu little alchemie 1.0 und in dem spiel geht es darum dass man verschiedene sachen mit diesen dingern hier komprimieren kann ich weiß nicht mal komprimieren ein richtiges wort ist schaut drauf leute in dem spiel geht es darum verschiedene elemente herzustellen mit den verschiedenen sachen die man auch noch freischalten kann wie man sieht es geht hier bis z runter wir haben allerdings bisher nur erde feuer luft und wasser ich werde keine cheats benutzen es gibt eine seite ich weiß und die werde ich nicht benutzen denn ich werde versuchen entweder durch eure tipps oder durch mein eigen wissen von dem ganzen spiel vielleicht das schon mal ein bisschen weiter gespielt werde ich diese sachen herausfinden das erste was wir jetzt machen ist erst mal feuer und erde aber und wasser und luft nämlich regen so das ganze können jetzt durch auch noch machen genau dann haben wir jetzt energie energie und regen geht nicht energie und laba auch nicht das geht auch nicht perfekt ich bin jetzt schon fraglos planlos fraglos keine ahnung erbeben jetzt haben wir ein erbeben und erbeben und erde gibt berg so jetzt können wir hier genau jetzt haben das so jetzt haben wir schon den vulkan ich packe am besten alles neu was sie jetzt so dazu kriegen oben hin ich glaube mit vulkan lava können wir nichts machen jetzt habe ich zweimal von vorkant schild dreimal eigentlich lasst mal das mit dem hier okay geht nicht mit wasser viel leicht ah ja dann haben wir einen dampf dampf und luft ergibt wolke so wolke und wasser ergibt regen ok so zack und zack ergibt schon dampf ok äh ne warte mal so so und so genau dann haben wir schon mal einen schlamm machen so jetzt haben wir schon ziegel ja wir haben jetzt sogar schon ziegel ziegel und vulkan geht nicht okay schade die aber auch um dann müssen wir was anderes probieren vielleicht luft und vor allem was hat man schon zählt also sie ist auch mit Prozent Doppelklick die sache können wir die so gesehen auch Doppeln auch ganz cool Energie und Dampf geht nicht weil Stiefsding ist ehr aber dann war das Berg und Darm den Weg Kaisiert hätte ich jetzt sind sie mich gedacht worden Prozent Ziegel um Feuer um Wasser ich bin jetzt schon überfordern Dampf und Luft er wird das immer wieder eine Wolke okay Wolkenfeuer geht nicht okay wäre glaube ich auch ein bisschen gehen das und auch geht es auch schon mal Staub immerhin immerhin schon mal Staub was kommt mit dem RPM Energie geht ich das geht auch nicht wasser und er Feuer und in die er wird der Zoll wiederum in die Europäer mit ergeben oder er damit er das nicht aber genau jetzt aber immerhin der Druck und Energie wenn wir jetzt glaube ich in die Erdbeben nehmen und das wird der mit dem Druck und hinein er liebt ich bin so verwirrt man glaubt es nicht so warte 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 war nicht so und so okay ich bin ich bin ehrlich ich bin jetzt schon verwirrt ne und ich habe erst 16 von 580 Dinger da bekommen und herausgefunden ich habe schon dass ich hier alle 580 Dinger habe habe ich wahrscheinlich schon wieder 5 Staffel Clever Bot gemacht übrigens falls es kommentare gab zum ende von Clever Bot konnte ich sind leider noch nicht lesen dieses Video ist vor produziert weil aus meiner Sicht ist Clever Bot die 15. Folge noch gar nicht draußen für mich sind erst Folge 11 und 12 10 und 11 raus 12 ist noch nicht mal draußen zum jetzigen Zeitpunkt weil ich kann es aber zeigen es ist gerade nämlich der 27.10 und Clever Bot 15 kommt erst am 29.17 Uhr und heute beziehungsweise aus meiner Sicht heute um 17.22 Uhr kommen noch zwei Videos von Clever Bot und dann nochmal Freitag dann nochmal Samstag und Sonntag gibt es einen Twitch Stream Replay vom 23.10 und um 18 Uhr ist die Clever Bot Staffel 2 Playlist öffentlich aber man kann die schon ab Folge 15 sehen jetzt habe ich wieder ein Blut kommen warte wie konnte man Dinge zumal warte war das nicht so äh ging das äh das ging nicht äh las mich warten äh 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 suche nach Pflanzen ja äh keine Ahnung wie ich die mach äh ne äh ne äh ne äh 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 war Schlamm und das war äh so die 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 ja die das muss man so um so ist die die da wie wie macht man nochmal diese Ding wie macht man diese Pflanze ich habe keine Ahnung wie man die Pflanze nochmal macht weil ich weiß dass ich die Pflanze die Pflanze kann ich dann zusammen mit der Erde kommer äh aber ich weiß es ist schon wieder ein Ziegel was Luft und Luft äh Luft und Luft ist sehr moin Regen und Regen ergibt Höh? Gut das ist ein Element was ich noch gar nicht kannte Hochwasser chillig dicker Bruder selber gibt's das einfach alles hier verfinden Staub Wüste ne ok aber irgendwie kann ich da nichts machen mit Wasser geht auch nicht also ging äh bruh lol Wasser um Wasser ging ab ah doch Wasser um Wasser ging mit und dann mehr mit Wasser gibt Ozean genau aber Ozean und Ozean geht nicht um Meer und Ozean auch nicht das weiß ich aber noch ah jetzt haben wir schon mal das Salz aber wenn ich jetzt äh gut dann hab ich wieder Salz aber wir haben immerhin schon mal äh Salz äh wir haben immerhin jetzt schon mal 20 von 580 äh ja Leute wenn ihr Ideen habt was hier noch rauskommen kann dann äh schreibt es gerne mal unten in die Kommentare aber ich würde sagen das war es von dieser Folge und ja wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja haut rein bis zum nächsten Mal bis dann Tschüssi Jungs Au Schade hat wie wir